der nächste gestern kleber fail geht diesmal an die fdp und vielleicht ein kurzer hinweis in eigener sache weil einige zum teil sehr pöbelnde kommentare unter dem youtube kanal die ich dann entfernt habe weil ich pöbelei nicht dulde die haben nämlich unterstellt das sei alles links rot grün versiffte ideologie und ich würde mich eh nur auf die einen einschießen das stimmt so nicht und wenn jemand eine idee hat wo andere daneben gegriffen haben bitte her damit nehme ich gerne auf aber bitte sachlich und es ist momentan wahrscheinlich auch kein zufall dass eine gewisse gruppe von leuten besonders anfällig ist für gestern kleber fails und deswegen scheint es sich hier gerade sehr stark auf union und fdp zu konzentrieren und das liegt in der tatsache dass diese leute diesen unsinn behaupten und nicht daran dass ich es dort gefunden habe also vielleicht noch mal ursache und wirkung noch mal unterscheiden worum geht es heute es geht wieder mal um ein sehr perfides beispiel von greenwashing und zwar feiert die fdp gerade und ich bin sicher teile der union werden dort ganz massiv mit einstimmen die einführung von hvo 100 das ist ein biogener kraftstoff der aus pflanzen fetten resten erzeugt wird also ein ganz perfides zeug was alles andere als klimafreundlich ist aber die fdp möchte uns das gerne als klimafreundlichen kraftstoff verkaufen feiert das als einen großen beitrag zu na wie soll es anders sein technologie offenheit also veränderungsverweigerung und dazu natürlich als riesen beitrag zum klimaschutz und genau das gegenteil ist es die benutzen sogar richtig perfide den begriff klima diesel also einige von denen tun das und ich habe das jetzt heute in einigen publikationen gesehen richtig perfide nummer das ist aber genauso wie gesundheitszigaretten gibt's halt nicht ist immer schädlich die frage ist nur wie viel und die frage ist wenn sie künftig bisher 20 zigaretten am tag geraucht haben ob sie wenn sie dann auf diesen klima diesel wechseln dann analog zum rauchen dann vielleicht nur noch 15 zigaretten am tag rauchen oder zehn oder vielleicht auch 30 oder 40 beides kann nämlich sein denn das zeug ist eben keineswegs klimafreundlicher das könnte es theoretisch sein aber muss es nicht und leider sind auch die redakteure bei tagesschau.de darauf reingefallen denn die haben auch in einer publikation heute morgen habe ich das gesehen auf tagesschau.de gesagt fast klimaneutral okay das fast aber klimaneutral aber teurer okay auch das stimmt aber sie sagen auch dass das ganze nah an der klimaneutralität sei oder fast klimaneutral weil das ja aus pflanzlichen abfällen kommt aber pflanzlich ist nicht gleich klimaneutral und schon auch nicht treibhausgas neutral man muss erst mal sehen der begriff klimaneutral ist ein sehr starker begriff der ist kritisch und auch unter fachleuten wird er sehr sehr sparsam genutzt weil das mehr ist als nur treibhausgas bilanz da stecken auch zum beispiel so sachen wie albedo effekte mit drin also geht weit über treibhausgas hinaus und auch die treibhausgas neutralität gerade hier in bezug auf den primärtreiber co2 ist keineswegs gegeben denn diese ganzen biogenen pflanzenreste kommen aus fragwürdigen quellen der größte teil nämlich den deutschland bisher verarbeitet hat in dem bereich kommt aus dem ausland der wird erstmal importiert und das passiert sicherlich nicht mit einer klimafreundlichen antriebstechnik die schiffe kommen oft aus ostasien also knapp die hälfte der importe kommt aus ostasien und nicht selten sogar aus irgendwelchen uhrregenwäldern dort hat man sogar zum teil tropische regenwälder aber vielleicht aber vielleicht nicht tropische regenwälder aber oft intakte wälder gerodet um dann große monokulturen anzubauen zum beispiel palmölplantagen und diese palmöplantagen das sind diese palmen aus denen wird eben palmfett gewonnen und dieses palmfett braucht hauptsächlich die nahrungsmittelindustrie und auch die kosmetik industrie die nutzen palmfett weil es so saubillig ist aber extrem klimaschädlich weil natürlich diese bewirtschaftung dieser enormen monokulturen und die sind als monokulturen noch mal klimaschädlich weil sie die biodiversität killt diese großen monokulturen brauchen extrem viel energie damit sie bewirtschaftet werden das palmfett verarbeitet werden kann und damit diese palmölplantagen und auch andere energie pflanzen plantagen entstehen können muss man intakte wälder weg roden und diese intakten wälder die haben tatsächlich co2 gebunden man muss auch bedenken dass eine junge pflanze das kann mehrere jahre sein erstmal ein gewisses alter erreichen muss bis sie überhaupt co2 bindet also junge pflanzen sind erstmal co2 emittenten aber viele der pflanzen die auch für solche industrielle anwendung genutzt werden werden gar nicht so wahnsinnig alt denn in monokulturen überleben pflanzen oft gar nicht wahnsinnig lange weil monokulturen wahnsinnig anfällig sind und obendrein extrem viel landwirtschaftliche gifte brauchen um überhaupt zu überleben klar monokulturen sind das gilt übrigens auch für menschliche monokulturen extrem anfällig für zerstörung die die gehen einfach irgendwann ein man braucht mischkulturen auch das ist genauso in menschlichen gesellschaften bund überlebt besser als mono ok seitenrand tatsache ist jedenfalls dass diese pflanzlichen kraftstoffe eben ganz sicher nicht aus irgendwelchen pflanzlichen quellen kommen die klimafreundlich sind oder wenn überhaupt nur zu einem sehr geringen anteil also der geringe anteil der überhaupt eine rolle spielen kann kommt meistens aus klimaschädlichen quellen dazu bleibt weiterhin das problem bestehen dass man diese plöre dann in einen tank von einer verbrenner karre schüttet und diese wird dann unter verbreitung enorm sinnvoller energie vergeudung dann entsprechend in bewegung umgesetzt was ja längst viel besser geht aber irgendwelche leute meistens weiße alte männer finden es immer noch ziemlich geil irgendeinen shit zu verbrennen warum auch immer die möchten irgendwie sich nicht weiterentwickeln halten das verbrennen anscheinend immer noch für eine gute idee wenn es auch anders geht jetzt ist es allerdings auch noch mal einen schritt weiter denn selbst die 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 lobbyvertreter messen diesen ganzen kraftstoff anscheinend keine so große bedeutung bei zum beispiel der bundesverband freier tankstellen kurz bft die schätzen dass 80 prozent der hvo nutzung gewerblich sein werden also transport und auch der finnische hvo hersteller neste nicht nestle neste heißen die die rechnen damit dass diese biogen kraftstoffe bis 2040 also schon noch eine weile hin etwa eine milliarde tonne rohöl ersetzen können eventuell weiß ja keiner und das sind etwa 40 prozent des weltweiten bedarfs im transport also wenn überhaupt hauptsächlich gewerblich und transport und ob wir die menge kriegen ist auch noch sehr fragwürdig denn so viele pflanzliche abfälle die gibt es nämlich gar nicht denn man muss bedenken dass für diese pflanzlichen rohstoffe eine ganze menge sektoren konkurrieren auch industrie anwendungen diverse herstellprozesse möchten gerne pflanzliche abfälle für ihre energetische anwendung haben oder auch system sustainable aviation fuels kurz saf die möchten bis 20 30 sieben prozent bei mission aus regenerativen kraftstoffen das ist dann eine mischung aus biogen kraftstoffen und efuels was im übrigen nicht das gleiche ist auch das kapieren nämlich einige leute nicht die irgendwie das geil finden die glauben dass auch dass dasselbe also ich weiß herr ploss von der cdu kommt aus hamburg der hat meine karte gezeigt letztes jahr war das wo er behauptet hat da und da in deutschland kann man schon efuels tanken er hat eine karte gezeigt wo es biogene kraftstoffe gibt also auch die fans des verbrennens nutzloser dinge kennen den unterschied nicht also kurz zur erläuterung efuels wird gewonnen aus wasserstoff und extrahiertem co2 was durch eine methanisierung dann zu einem synthetischen kraftstoff wird auch schwachsinnig haben auch schon oft erläutert warum und hvo 100 ist eben ein kraftstoff aus biogenen abfällen also macht den gleichen dreck ist auch gleich schwachsinnig aber sind durchaus unterschiedliche stoffe und das wird am ende dazu führen und das ist das perfide an der ganzen geschichte dass diese stoffe in der menge gar nicht geben wird und wie einige auch tagesschau.de richtig gesagt hat es wird wenn überhaupt teurer und das werden die menschen natürlich ist entweder nicht bezahlen wollen oder auch nicht bezahlen können und wer sich jetzt freut und jetzt sind wir wieder beim problem die fossil lobby herzlichen glückwunsch liebe fdp ich gehe davon aus sehr wahrscheinlich dass die geld von der fossil lobby kriegen zumindest einige von denen dass sie den quatsch verbreiten andere tun es vielleicht unfreiwillig aber tatsache ist dass die fossil lobby am ende wieder sich schön in die hände klatschen kann und sagen geil die leute glauben unsere lügen denn diejenigen die weiterhin auf einer verbrennungstechnik in der straßenanwendung setzen übrigens auch im transport das wird dort auch keine signifikante rolle spielen die machen garantiert eine fette bauchlandung auf dicke bretter das wird ganz schön wehtun denn die kosten werden durch die decke gehen wir werden auch hier wieder sehen abgesehen davon ich habe das ja gerade erklärt warum das alles andere als klimafreundlich ist es ist immer noch ein imitierender kraftstoff der in weiten teilen zum teil sogar schlimmer ist als die heutigen benzin und diesel antriebe dass diese leute sich diese plöre einfach nicht werden leisten können und damit wird die fossil lobby weiter ihre dreckigen auf erdöl basierende antriebsmittel verkaufen können und der verbrenner den sich womöglich einige leute aufgrund der verbreitung solcher lügen kaufen der ist zunehmend unverkäuflich es ist also immer noch so dass hier einige leute krampfhaft gegen jede evidenz gegen all das was so weltweit gerade passiert nicht in der lage sind tatsachen anzuerkennen und man merkt auch wie dünnhäutig die werden wenn zum beispiel martin huber der ist csu generalsekretär so dinge sagt wie grüne besserwisser und klugscheißer gehen den menschen auf die nerven wir wollen kein schwarz grün dann ist das ein absoluter tiefpunkt der politischen kultur und erklärt unter anderem warum gerade ein weiter teil des diskurses nicht mehr funktioniert und politikerinnen und politiker auch von irgendwelchen mobs angegriffen werden feindbild kultivierung und ständige fakten aversion lösen keine probleme denn diese grüne besserwisser und klugscheißer haben im gegensatz zu herrn huber und anderen die so denken einfach in physik nicht gepennt ganz einfach das problem liegt nicht bei den bösen bösen grünen oder irgendwelchen klimaklebern aktivist innen oder sonst wem sondern bei leuten wie zum beispiel herrn huber oder einigen anderen die noch immer glauben dass sie mit ignoranz und ablehnung von irgendwelchen dingen und das konstruieren von wissenschaft zu kultur kampf dinge ungeschehen machen können die ohnehin passieren also noch mal zum mitschreiben cdu csu und fdp physik ist keine meinung physik hat auch kein parteibuch physik hat auch nichts mit ideologie zu tun vielleicht geht ihr noch mal zur schule ja das deutsche bildungssystem ist ja nicht komplett schlecht und setzt euch noch mal hin drückt mal die schulbank und lernt mal so siebte bis zehnte klasse physik grundlagen dann könntet ihr vielleicht dahinter kommen dass das was ihr wollt einfach nicht funktioniert und darüber hinaus brauchen wir unbedingt auch konservative und liberale parteien als teil des demokratischen diskurses aber der funktioniert nur wenn ihr endlich anfangt nicht ständig lügen zu verbreiten und wenn ihr endlich anfangt tatsachen anzuerkennen und respektvoll mit wettbewerbern umgeht das tut ihr aktuell nämlich leider überhaupt nicht